ich habe jetzt gerade den letzten part fertig alter jetzt ist es schon so weit ja obwohl ist schon soweit ich weiß es nicht hier sind xs nächste woche werden ein paar announcements gemerkt zum beispiel jedes album heißt und das release date also wir können nicht mehr verraten aber hier zum beispiel einer der produzenten ruben ruben ganz kurz ein statement zu dem album das xavier album die wird es scheiße